Kundenakquise und Neukundengewendung mit Sprachnachrichten wie Du mit einem revolutionellen Tool tatsächlich viele Neukunden gewinnen kannst das möchte ich Dir jetzt in diesem Video näher zeigen. Ich habe Dir im letzten Video bereits dieses geniale und bahnbrechende Tool vorgestellt das Du für Dein Geschäft, Dein Produkt, Dein Business nutzen kannst wo Dir hier wirklich ungeahnte Möglichkeiten entstehen in der Kundengewendung in der Vertriebspartner Gewinnung was auch immer wenn Du dieses Tool nutzt und ich möchte jetzt gleich vorweg sagen in diesem Video geht es jetzt mal um eine Übersicht wie dieses Programm diese Software oder besser gesagt dieses Online Tool von Ende aus sieht und welche Möglichkeiten Du hast aber es ist auch unter diesem Video ein Link zu einer echt genialen man kann sagen hunderte Jahre alten Marketing Strategie die erwiesenerweise funktioniert und wie Du diese Strategie wirklich auf bahnbrechende Art und Weise mit diesem Tool verbinden kannst und zwar auf eine so einfache und entspannte Art und Weise dass Du aus den Staunen nicht mehr rauskommen wirst. Da gibt es vom Erfinder dieses Tools der auch absoluter Marketing Experte ist ein Video das habe ich Dir verlinkt unter diesem Video das dauert um die 37 Minuten da ist auch kein E-Mail Eintrag oder so nötig du kommst sofort auf das Video das kannst Du Dir ansehen und dann wirst Du ich bin mir ziemlich sicher aus den Staunen nicht mehr rauskommen wenn Du siehst wie diese Strategie die er Dir hier kostenlos erklärt in Verbindung mit diesem Tool was da für Dich für Dein Geschäft alles möglich ist also Du wirst wie gesagt aus den Staunen nicht mehr rauskommen der Link ist unter diesem Video jederzeit aufrufbar. Und jetzt zeige ich Dir aber mal dieses Sprachen Nachrichten Tool dieses Wahnsinns Tool von Ennen. Ich bin jetzt hier in meinen Bereich schon eingeloggt und ich führe Dich jetzt mal hier durch das ist die Start Maske Du siehst hier oben die Reiter Nachrichten Vorlagen Einstellungen Zubehör Downloads und Akademie da gehe ich jetzt dann auch noch auf jeden Punkt etwas näher drauf ein und Du siehst auch hier gleich die Funktion Neue Sprachnachricht hier kannst Du Deine Nachrichten aufnehmen wenn ich jetzt hier draufklicke siehst Du öffnet sich sofort dieser Player ich drücke nur hier auf Record dann spreche ich meine Nachricht gehe auf Stopp mache mir noch eine Notiz dass ich weiß wenn ich diese Nachricht jetzt gesendet habe oder dass ich die hinterher dann auch wirklich nachvollziehen kann hier kann ich meine Vorlage auswählen ich habe hier schon unzählige Vorlagen erstellt die suchst Du noch aus das ist dann eben welche Werbebanner oder welche Botschaften neben Deiner Sprachnachricht angezeigt wird. Ich zeige Dir das dann auch mal kurz wie das aussieht dann kannst Du hier noch eine Hörbestätigung einstellen auch das Datum wenn Du das angezeigt haben möchtest und dann klickst Du ganz einfach auf Versenden Du bekommst dann den Link und den kannst Du dann posten wo Du möchtest sei es eine Antwort per E-Mail auf Social Media WhatsApp wo auch immer so einfach geht das hier dann könntest Du hier auch Bildschirmaufnahmen machen wenn Du die Deluxe Version hast die habe ich jetzt nicht denn für meine Zwecke reicht vollkommen die Pro Mitgliedschaft und ja so sieht das Ganze aus dann siehst Du hier unten wenn Du runter scrollst Deine gesendeten Nachrichten Du siehst dann auch wie oft die abgehört worden ist und Du kannst hier mit diesen Reitern die Nachricht nochmal abspielen Du kannst deine Vorschau ansehen Du kannst den Nachrichten Link nochmal kopieren wenn Du diese Nachricht vielleicht nochmal brauchst duplizieren dann diese Funktion funktioniert nur wenn man diese Bildschirmaufnahmen hat und so weiter also das kannst Du hier alles nachvollziehen und dann gibt es auch noch italk24 return wenn Du da drauf klickst dann siehst Du auch die Leute die auf Deine Sprachnachricht geantwortet haben das siehst Du hier bei diesem Reiter mit jeder Sprachnachricht die Du versendest taucht auf dieses Zeichen hier auf ihre Fragen Audio und auch wenn jemand jetzt den italk24 nicht hat nicht besitzt kann er dir über seinen Desktop hier mit diesem Audio antworten und dir bei Sprachnachricht eben eine Frage stellen oder den Auftrag erteilen oder was auch immer also echt genial ich komme wirklich hier aus den Staunen fast nicht mehr raus dann komme ich jetzt mal zu den Vorlagen ich spreng hier einen Reiter rüber hier kannst du dir Vorlagen anlegen das geht wirklich schnell das zeige ich dir aber dann in einem eigenen Video das würde diesen Rahmen jetzt sprengen du kannst dann hier zum Beispiel deine Vorlagen ansehen ich gehe jetzt mal hier auf Vorschau rechts klick dann siehst du wie diese Nachricht aussieht du siehst hier habe ich mein Bild meine Kontaktdaten und hier anklickbar meinen Video Kurs die zur Internet Geldstrategie also jeder der sich hier meine Nachricht anhört kann dann hier weil er ja wahrscheinlich neugierig sein wird hier drauf klicken und kann sich in meinen E-Mail Verteiler eintragen echt geniale Sache ich gehe jetzt hier wieder weg und du siehst ich habe hier viele viele zu verschiedenen Möglichkeiten Vorlagen erstellt dann kannst du hier rüber gehen zu den Einstellungen und ich zeige dir dann auch in den nächsten Videos wirklich im Detail noch die Möglichkeiten die du hier hast das soll dir jetzt nur mal einen ersten Überblick verschaffen dann gibt es hier die Einstellungen da kannst du eben deinen Namen und alles eintragen dann auch hier deine Digistore ID denn du bekommst auch für jeden vermittelten ITalk24 eine monatliche Provision vom Herrn Gläuber von Erfinder dieses Tools also das gibt man hier alles ein dann kann man hier drüben Social Media Profile eintragen damit die angezeigt werden in der Sprachnachricht dann kannst du deine Webseiten Links einbauen dann hast du hier eine Übersicht deiner Dateien und Bilder die du hinterlegt hast und 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 also hier ist wirklich an alles gedacht worden dann gibt es noch den Punkt Zubehör das ist jetzt wirklich höchst interessant wenn du vielleicht Finanzdienstleister bist da hatte Herr Gläuber weil er selber aus dieser Branche kommt viele Banner also das nennt sich Banner Megapack das hat er hier speziell für Finanzdienstleister erstellt hochprofessionelle Banner mit damit du eben auf deine Produkte und Dienstleistungen als Versicherungsagent oder Vertreter hier verweisen kannst in deiner Sprachnachricht dann gibt es Amazon Buch Tipps eigene Banner dann Zitate kann man hier erscheinen lassen alles mögliche und siehst hier viele verschiedene Banner Pakete die kann man dazu nehmen muss man aber nicht sag jetzt nur das ist alles eben ja dann freiwillig wenn es für dich passt kannst du dir das dann gerne auswählen dann kommen wir zu den Downloads sind verschiedene Downloads verfügbar und da kann ich dir eines wirklich sehr empfehlen das habe ich mir nämlich selber auch heruntergeladen das ist die italk24 App für Android und IOS also diese App die ist auch echt genial denn du kannst dann über dein Smartphone genau die gleichen Vorlagen benutzen und genauso schnell eine Nachricht aufnehmen und versenden wie hier mit der Deskopt Version das heißt du bist auch immer mobil unterwegs mit deinen italk24 und kannst die Leute von überall aus wo du gerade bist in Verstaunen ersetzen ja und dann komme ich hier noch rüber zur Akademie da wird dir eben alles gezeigt du siehst hier drüben die Reiter Videoanleitung Marketing da komme ich jetzt gleich noch drauf Tutorials Tipps und Tricks also du wirst dir an die Hand genommen es wird dir alles gezeigt aber ich kann dir auch sagen es wird für dich wirklich einfach sein denn es ist von der Anwendung wirklich mega easy also da brauchst du dir technisch in keinster Weise irgendwie ja hier etwas denken dass du es nicht umsetzen kannst wirklich einfach und zum Thema Marketing möchte ich jetzt abschließend noch drauf kommen da gibt es die italk24 Akademie und das ist Reziprokes Marketing nennt das der Herr Kläuber das ist eine uralte Strategie die nachweislich funktioniert da gibt es viele Verhaltensforscher und einen ganz besonderen den Herrn Gialdini der diese Strategie wirklich in die Höhe hebt und eben oft nachgewiesen hat wie genial das für Leute funktioniert wenn sie diese Strategie umsetzen und das war aber ich sage jetzt mal vor italk24 online relativ schwierig und der Herr Kläuber hat jetzt eine Strategie ausgearbeitet wie man dieses Werkzeug dieses bahnbrechende magische Marketing Werkzeug mit dem italk24 ganz einfach verbinden kann da kommen das hat jetzt nicht nur mit der Sprachnachricht zu tun sondern da kommen wirklich mehrere Aspekte zum Tragen die ganz einfach für dein Gegenüber so attraktiv wirken und das wird ja eine Ursache haben dass der von dir kaufen möchte oder vielleicht bei dir Vertriebspartner werden möchte weil das psychologisch funktioniert und durch dieses tool durch dieses geniale bahnbrechende tool wirklich vereinfacht wurde du wirst aus den Staunen nicht rauskommen und da gibt es eben ein 37 minütiges Video von Herrn Kläuber der dir das Schritt für Schritt erklärt und dieses Video das habe ich dir verlinkt unter diesem Video also einfach draufklicken da ist kein E-Mail Eintrag oder so nötig habe ich Eingang schon erwähnt sondern einfach auf den Link unter dem Video klicken dann kommst du direkt zum Video das habe ich dir auf meinem Blog gepostet dann kannst du dir das in Ruhe anziehen und ich verspreche dir nochmal du wirst aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Das war es jetzt mal zur ersten Übersicht vom italk24 wenn dir das Video gefallen hat dann würde ich mich über ein Gefällt mir freuen hinterlasse mich gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für die weiteren Video Updates. Wir sehen uns im nächsten Video wo ich dir dann mehrere Details zeige vom italk24.